Ja, liebe Rasenfreaks, ich habe was entdeckt! Dank euch, dank meiner Community, ihr habt mich wirklich nochmal zurückgeholt. Das Poha-Anua-Drama ist gar nicht so dramatisch, wie ich dachte. Ihr habt es gesehen, einige von euch haben es entdeckt. Ich habe nicht nur das weißblühende Gras, die weißblühende Poha, sondern es gibt in meinem Rasen auch ganz viel rötlich blühende Gräser, die genauso aussehen wie die Poha-Anua. Und das ist aber nicht die Poha-Anua, sondern das ist die Poha-Pratensis. Die Poha-Pratensis. Ich bin total begeistert, ich habe hier nochmal nachgelesen. Poha-Pratensis. Mit so einem ganz großen Anteil und die blüht auch. Ich dreh völlig durch, das ist positiv. Der Rasenfreak ist doch nicht am Ende. Das gibt es ja gar nicht. Das heißt, meine Nachsaat letzten Herbst ist hier aufgegangen. Und ihr habt mich gefragt, was macht denn diese Fairway-Nachsaat-Mischung? Da ist 20% Poha-Pratensis drin. Da ist auch die Loni und Prenne drin, das typische deutsche Weidelgras. Und die Poha-Pratensis ist ein Rispengras. Und das Rispengras ist mehrjährig. Das blüht von Mai bis Juni. Jetzt blüht es. Es ist rötlich. Und ich habe, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ich dreh völlig durch. Ey, das ist ja total cool. Lass es blühen. Yes. Das geht voran, Freaks. Ich habe eine Krise gekriegt. Dieses blühende Gras. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Jetzt blüht hier alles. Aber es blüht natürlich alles. Aber die Poha ist nicht dominant. Ey, das muss ich beobachten. Das muss ich weiter beobachten. Ja, Freaks. Das ist die Gelegenheit, euch mal etwas Neues zu zeigen. Moment. Ich habe bei Spreadshirt... Ja, ich habe einen Shop eröffnet. Und ich habe coole neue Logos gemacht. Das ist das neue Rasenfreak-Logo. Wie findet ihr das? Krass. Und dann habe ich noch was. Hier, Freaks. Hier, Freaks, die Rasenfreak-Tasse. Ja, ihr könnt also, ihr könnt in meine Beschreibung gucken. Da ist ein Link zum Spreadshirt-Shop. Schaut mal rein. Der Rasenfreak hat ein T-Shirt-Shop, wo es auch noch andere Dinge gibt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ankommt. Es ist nicht ganz billig, muss ich leider sagen. Aber ihr habt den totalen Service. Mit Umtauschen, mit Zurückgeben. Super Shop, finde ich. Ich hatte ja mein erstes T-Shirt für 25 Euro angeboten. Es ist auch noch zu haben. Ich habe noch ganz wenige T-Shirts. Ihr kennt mein T-Shirt. Moment. Das ist das erste T-Shirt, was ich selber gedruckt habe. Da habe ich 20 Stück von bestellt. Da habe ich jetzt noch ganz wenige da. Ich habe mal so ein M noch da. Eine ganze Reihe Ls. Ein paar XLs und ein XXL. Ich gebe dieses T-Shirt, weil es jetzt diesen Shop gibt, für 20 Euro. 20 Euro inklusive Versand. Guckt in die Beschreibung. Da ist auch ein Link zu meinem PayPal-Konto. Wenn ihr schnell seid, kriegt ihr noch für 20 Euro einer der letzten Original-Rasenfreak-T-Shirts. Schöner Bio-Baumwollstoff. Klimaneutrale Baumwolle. Fühlt sich richtig gut an. Nee, kann ich empfehlen. Und alles andere gibt es dann über meinen Spreadshirt-Shop. Yes, Freaks!